Herzlich willkommen bei dem Familienrecht Podcast von YourFriend. Unser Thema heute Hausrat. Wer bekommt bei Trennung und Scheidung welche Haushaltsgegenstände? Wir sprechen darüber, welche Haushaltsgegenstände überhaupt unter den Ehepartnern aufgeteilt werden müssen, welche Gegenstände im Haushalt keine Haushaltsgegenstände sind oder wem die Einbauküche gehört, wem Hund und Katze gehören, wer das Familienfahrzeug beanspruchen darf und vor allem welche Optionen Sie haben, um sich bei der Aufteilung der Haushaltsgegenstände irgendwie zu einigen. Da Ihre Trennung und Scheidung vom Partner sicherlich eine Reihe weiterer Fragen aufwirft, finden Sie auf unseren Portalen trennung.de, scheidung.de und unterhalb.com weitere hilfreicher Ratgeber, die viele Detailfragen zum Thema Trennung und Scheidung ansprechen. Also kommen wir zum Thema. Die Trennung vom Partner bedeutet meist auch die Trennung von einer Reihe von Haushaltsgegenständen. Jeder Partner wird bestrebt sein, möglichst viel für sich zu akquirieren. Derjenige, der aus der ehelichen Wohnung aussieht, muss einen eigenen Hausstand begründen. Derjenige, der in der Wohnung verbleibt, wird auf so wenig wie möglich verzichten müssen. Möchten Sie dieses Dilemma irgendwie lösen, sollten Sie wissen, welcher Hausrat oder welche Haushaltsgegenstände wem gehört und wer was bei Trennung und Scheidung beanspruchen kann. Bestenfalls bereiten Sie mit einer einvernehmlichen Lösung auch den Weg zu einer einvernehmlichen Entscheidung vor. Nehmen wir sieben wichtige Punkte vorweg. Hausrat sind alle Haushaltsgegenstände, die Sie für Ihre gemeinsame Lebensführung in der Ehe angeschafft haben. Im Zweifel hat jeder Ehepartner einen Mieteigentumsanteil. Zweitens müssen Sie Ihre Haushaltsgegenstände wegen der Scheidung aufteilen. Kommt vorrangig die Teilung in Natur in Betracht. Dazu müssen Sie sich einigen, wer was bekommt. Teilung in Natur bedeutet, dass Sie beispielsweise Bargeld untereinander aufteilen. Drittens im Zeitraum Ihrer Trennung kann die Zuordnung eines Haushaltsgegenstandes zeitlich befristet erfolgen, ohne dass es auf der Eigentumsverhältnis ankommt. Spätestens mit der Scheidung empfehlen sich jedoch klare Verhältnisse. Viertens persönliche Gegenstände gehören dem jeweiligen Ehepartner. Fünftens Schenkungen bleiben Schenkungen, es sei denn, Sie haben sich vorbehalten, die Schenkung für den Fall der Scheidung zurückzufordern. Sechstens möchten Sie die Aufteilung der Haushaltsgegenstände möglichst einvernehmlich bewerkstelligen, sollten Sie nach einem strengen Schema vorgehen. Wir erklären dazu später, wie Sie dabei vorgehen. Siebtens sollten Sie den Richter bemühen. Erhöhlt sich der Verfahrenswert für Ihre Scheidung um einen zusätzlichen Verfahrenswert von mindestens 3000 Euro. Sprechen wir über Details. Was ist Hausrat? Nun, mit Hausrat sind seit dem Jahr 2009 Haushaltsgegenstände gemein. Haushaltsgegenstände sind alle Gegenstände, die Sie während Ihrer Ehe angeschafft haben und die Sie zur gemeinsamen Lebensführung verwendet haben. Im Zweifel ist auf die Eignung, Funktion und Zweckbestimmung abzustellen. So ist die Wohnungseinrichtung, also Möbel, Teppiche, Geschirr, typischer Hausrat und sind typische Haushaltsgegenstände. Alles, was zu Ihrem Hausrat gehört, steht in Ihrem gemeinsamen Eigentum. Es kommt aber nicht darauf an, wer die Anschaffung eines einzelnen Gegenstandes bezahlt hat oder ob Sie den Gegenstand im eigenen Namen gekauft haben und die Rechnung auf Ihren Namen ausgestellt wurde. Im Zweifel vermutet das Gesetz, dass alle Gegenstände, die Sie in der Ehe für den gemeinsamen Haushalt angeschafft haben, beiden Ehepartnern gemeinsam gehören. Also, welche Gegenstände sind Haushaltsgegenstände und gehören zum Haushalt? Typische Haushaltsgegenstände sind, wie gesagt, Gegenstände der Wohnungseinrichtung, also Möbel, Teppiche, Geschirr, Fernseher, Radio, Videogerät oder Hochzeitsgeschenke. In Abgrenzung dazu sind keine Haushaltsgegenstände, Gegenstände, die Ihrer persönlichen Nutzung dienen, wie Kleidung, wie Zahnbürste, Schenkungen, Erbschaften, Gewinne, da diese nicht für den gemeinsamen Haushalt angeschafft wurden oder angefallen sind. Gegenstände, die Ihrer Berufsausübung dienen, wie Computer, Fachliteratur oder das Arbeitszimmer. Oder Gegenstände, die es nach der Trennung für den eigenen Haushalt erworben haben. Dies führt ja Frage, ob es eigentlich den Grundsatz gibt, wonach alles hälftig untereinander aufgeteilt wird. Eine Aufteilung halbe-halbe ist praktisch schwierig, dass Sie einen einzelnen Haushaltsgegenstand nicht unbedingt halbieren können. Das Gesetz sieht daher nur die Teilung in Natur vor. Teilung in Natur bedeutet, dass einer die Waschmaschinen bekommt, der andere den Trockner. Oder der eine das gute Essbesteck und der andere das gute Kaffeegeschirr. Somit läuft die Teilung in Natur auf eine hälftige Aufteilung hinaus, aber nur faktisch bedachtet. Ein Anspruch auf ein Ausgleichszahlen und Höhe des Wertes der Hälfte des von einem Ehepartner über einem Haushaltsgegenstandes besteht wegen der Teilung in Natur nicht. Sie müssen sich wegen der Teilung in Natur irgendwie einigen. Sollte eine Einigung nicht möglich sein, müsste in allerletzter Konsequenz der Familienrichter entscheiden. Ob Sie mit der von einem Richter dann vorgenommenen Aufteilung Ihres Haushalts wirklich zufrieden sind, erscheint eher zweifelhaft. Besser ist immer, Sie einigen sich. Irgendwie. Kommt es eigentlich darauf an, ob Sie nur getrennt leben oder bereits geschieden sind? Trennen Sie sich, können Sie die in Ihrem persönlichen Eigentum stehenden Haushaltsgegenstände von Ihrem Ehegatten heraus verlangen. Sie sind aber verpflichtet, ihm oder ihr einen Gegenstand zum Gebrauch zu überlassen, wenn er oder sie diesen Gegenstand für den eigenen Haushalt unbedingt benötigt. Es muss dann fair und angemessen erscheinen, diesen Gegenstand zu überlassen. Die Zuordnung hat aber nur vorläufigen Charakter, da für den Zeitraum der Trennung noch keine endgültigen Verhältnisse geschaffen werden sollen. Erst ab dem Zeitpunkt der Scheidung sollten Sie eine endgültige Regelung finden, bei der maßgeblich auch auf die Eigentumsverhältnisse abgestellt wird. Soweit Sie an einem Haushaltsgegenstand mit Eigentum haben, können Sie verlangen, dass der Partner Ihnen den Gegenstand überlässt und übereignet, wenn Sie in besonderem Maße auf die Nutzung gerade dieses Gegenstandes angewiesen sind. Ihr Partner kann dann für die Überlastung eine angemessene Ausgangszahlung verlangen. Beispiel. Sie haben Ihre Küche gemeinsam gekauft und sind beide Miteigentümer. Da Sie in der Wohnung nach der Trennung verbleiben und die Kinder erziehen und deshalb auf die Nutzung der Küche vorrangig angewiesen sind, können Sie von Ihrem Ehepartner verlangen, dass er Ihnen seinen Miteigentumsanteil an der Küche überträgt. Auf Verlangen müssen Sie ihm eine Ausgleichszahlung leisten. Sprechen wir über eine Reihe von Detailfragen. Wie steht es um persönliche Gegenstände? Gegenstände, die Sie bereits vor Ihrer Eheschließung erworben haben oder Ihnen infolge einer Schenkung oder Erbschaft während der Ehe zuteil wurden, stehen in Ihrem persönlichen Eigentum. Diese sind keine Haushaltsgegenstände. Sie dürfen Ihre persönlichen Gegenstände als allein beanspruchen. Im Zweifel müssten Sie nachweisen, dass sich um einen persönlichen Gegenstand handelt. Gleiches gilt, wenn Sie in der Ehe eine Anschaffung getätigt haben, bei der es offensichtlich ist, dass Sie den Gegenstand für Ihren persönlichen Gebrauch angeschafft haben und auch dafür benötigen. Sofern Sie einen Gegenstand gemeinsam nutzen, ändert die gemeinsame Nutzung nicht unbedingt etwas an Ihrem Eigentum. Beispiel. Sie erben die Briefmarkensammlung Ihres Großvaters. Da Sie die Sammlung nicht gemeinsam mit Ihrem Ehepartner angeschafft haben und die Sammlung nicht für Ihre gemeinsame Lebensführung bestimmt ist, steht diese in Ihrem persönlichen Eigentum und unterliegt nicht der Verteilung des Haushalts. Oder Sie kaufen sich ein Segelboot, weil Sie begeisterter Skipper sind und schippern alleine über Ihren heimlichen See. Das ist damit offensichtlich, dass das Segelboot in Ihrem alleinigen Eigentum steht. Oder wem gehört die Einbauküche? Haben Sie die Einbauküche gemeinsam angeschafft? Ist sie im Regelfall Hausrat und steht normalerweise in Ihrem gemeinsamen Eigentum? Können Sie die Küche problemlos wieder ausbauen? Gehört sie Ihnen gemeinsam und bleibt Hausrat? Sie müssen sich irgendwie einigen, wer die Küche letztlich erhält. Ist die Einbauküche jedoch untrennbar mit der Wohnung verbunden und würde durch den Ausbau erheblichen Mitleidenschaft gezogen, gilt sie als wesentlicher Bestandteil der Wohnung und ist somit nicht unbedingt Hausrat. Dann teilt sie im Regelfall das Schicksal der Wohnung. Derjenige der Eigentümer der Wohnung ist oder die Wohnung in sein alleiniges Eigentum übernimmt, übernimmt auch die Einbauküche als Inventar. Oder wem gehören Hund und Katze? Tiere sind kein Hausrat, sind keine Haushaltsgegenstände. Dennoch werden sie wie Hausrat und Haushaltsgegenstände behandelt. Soweit das Tier nicht in ihrem alleinigen Eigentum steht, führen Hund oder Katze beiden Ehepartnern gleichermaßen. Da es insoweit der Hausratsverteilung unterliegt, müssen sie sich irgendwie einigen, wer das Tier künftig betreut. Sollten sie einen Familienrichter entscheiden lassen, würde der Richter das Tier demjenigen Ehepartnern zuweisen, der das Tier in zeitlicher, berufsmäßiger und persönlicher Hinsicht am besten betreuen kann. Dabei spielt eine erhebliche Rolle, wer das Tier bislang betreut hat und zu wem das Tier eine besondere emotionale Beziehung pflegt. Können sie aber beweisen oder darlegen und nachweisen, dass das Tier ihr Eigentum ist, weil es ihnen ursprünglich geschenkt wurde. Dann steht ihnen das Tier auch nach der Trennung und Scheidung alleine zu. Soweit kommt es nicht darauf an, wer das Tier während der Ehe betreut, gefüttert und versorgt hat. Oder wem gehört der Schmuck, den sie ihrem Ehepartner geschenkt haben? Sie können die Schenkung nicht zurückfordern. Eine Ausnahme besteht nur, wenn sie sich bei der Schenkung ausdrücklich vorbehalten haben, den Schmuck im Fall der Scheidung wieder zurückzufordern. Beispiel wäre, dass ein Ringverschenkte nur im Familienbesitz weitergereicht wird. Gibt es keinen solchen Vorbehalt, gehört der Verlobungsring und der Ehring allein dem Partner. Rückforderung und Fall der Scheidung ausgeschlossen. Oder wem gehört der Familien-Pkw? Gibt es um ein Kraftfahrzeug, gibt es keine klaren Regeln. Es kommt immer auf die Umstände an. Ein Pkw gehört nicht unbedingt demjenigen Ehepartner, der im Kfz-Brief als Halter eingetragen ist und das Fahrzeug bezahlt hat. Unabhängig vom Eigentum kann das Fahrzeug zumindest für die Zeit der Trennung vorrangig einem Ehepartner zugewiesen werden. Beispiel. Sie fahren wegen dem schlechten öffentlichen Personenverkehr mit dem Pkw morgens ihre Kinder zur Schule und holen sie nachmittags wieder ab. Zumindest für den Zeitraum der Trennung hatten sie Anspruch darauf, dass sich an diesen Gegebenheiten erstmal nichts ändert. Haben sie das Fahrzeug während ihrer gemeinsamen Interesse der Familie angeschafft und genutzt, gehört es beiden Ehepartnern, unabhängig davon, wer im Kfz-Brief als Eigentümer eingetragen ist. Das Kfz ist insoweit ein Haushaltsgegenstand und sie müssen sich irgendwie einigen, wer das Fahrzeug künftig allein nutzt. Sie können das Fahrzeug aber als eigenes Fahrzeug beanspruchen, wenn sie es bislang allein vorwiegend genutzt haben. Dies kann der Fall sein, wenn sie das Fahrzeug für die Fahrtstrecke zum Arbeitsplatz genutzt haben. Haben sie das Fahrzeug dann auch noch bezahlt und stehen sie im Kfz-Brief als Halter, lässt sich ihr Eigentum im Regelfall problemlos nachweisen, sodass das Fahrzeug nicht der Hausratsverteilung unterliegt. Also, beanspruchen sie das Fahrzeug für sich alleine, sprechen folgende Kriterien für ihr alleiniges Eigentum. Sie sind im Kaufvertrag als Käufer bezeichnet. Sie haben das Fahrzeug mit eigenen Mitteln bezahlt. Sie haben das Fahrzeug im eigenen Namen allein finanziert. Sie sind im Kfz-Brief als Halter eingetragen. Sie benutzen das Fahrzeug überwiegend selber oder sie benötigen das Fahrzeug für berufliche Zwecke. Gelingt ihnen der Eigentumsnummer weiß, ist das Fahrzeug kein Haushaltsgegenstand und braucht nicht mit dem Ehepartner geteilt zu werden. Wie sollten Sie vorgehen, wenn Sie sich bei der Aufteilung der Haushaltsgegenstände einigen wollen? Die Aufteilung der Haushaltsgegenstände nach Trennung und Scheidung ist natürlich oft Anlass für heftigen Streit. Jeder will alles, keiner will auf irgendwas verzichten. Dennoch müssen Sie eine Lösung finden. Idealerweise gehen Sie vor wie folgt. Machen Sie erstmal eine Bestandsaufnahme Ihrer Haushaltsgegenstände. Lassen Sie und der Ehepartner jeder für sich diejenigen Haushaltsgegenstände auf, die Sie während der Trennung alleine nutzen möchten. Überlegen Sie, warum gerade Sie vorrangig auf diese Nutzung angewiesen sind. Sind Sie bereits in Erwägung, ob Sie diese Zuteilung nur befristet wünschen oder ob Sie auf Dauer Bestand haben sollen? Überlegen Sie sich, ob Sie einen im Gemeinschaftseigentum stehenden Haushaltsgegenstand in Ihr alleiniges Eigentum übernehmen wollen? Kalkulieren Sie dabei ein, dass Sie den Partner für seinen Miteigentumsanteil möglicherweise entschädigen müssen? Beansprochen Sie Gegenstände für sich als Eigentümer, sollten Sie vorsorglich Rechnungen oder Unterlagen recherchieren, mit denen Sie nachweisen können, dass Sie den Gegenstand bezahlt haben und dieser in Ihrem Eigentum steht. Gehören Ihnen Gegenstände gemeinsam? Ohne, dass Sie auf einem bestimmten Gegenstand besonderen Wert legen, sollten Sie verständigen, wer welchen Gegenstand erhält. Können Sie sich nicht im Wege des gegenseitigen Gebens und Nebens einigen, bestimmt jeder Partner im Wechsel einen Haushaltsgegenstand, den er für sich reklamiert. Der Partner muss die Entscheidung akzeptieren. Danach ist er in der Reihe. Notfalls lassen Sie Los- oder Würfel entscheiden. Findet sich für einen Haushaltsgegenstand kein Interessent, können Sie per Losentscheid bestimmen, wer den Haushaltsgegenstand übernehmen muss. Eines sollten Sie dabei immer im Hinterkopf haben. Sie können im Streitfall natürlich auch den Familienrichter über die Verteilung der Haushaltsgegenstände entscheiden lassen. Aber Sie provozieren damit einen zusätzlichen Verfahrenswert, der auf den Verfahrenswert für Ihr Scheidungsverfahren aufaddiert wird. Das Gesetz bestimmt für Streitigkeiten über Haushaltsgegenstände einen Mindestverfahrenswert von 3.000 Euro. Damit verteuert sich Ihr Scheidungsverfahren. Sie können sich diesen Aufwand ersparen, wenn Sie sich kompromissbereit zeigen und sich notfalls auch einem Wunsch Ihres Partners beugen. Bestenfalls bereiten Sie damit den Weg für eine einvernehmliche Scheidung und vermeiden eine kostenträchtige, zeitintensive und nervenaufreibende streitige Scheidung. Vor allem müssen Sie dazu wissen, dass der Richter immer nach eigenem Ermessen entscheidet. Er wird zwar auf Ihre Befindlichkeit und Rücksicht nehmen, muss aber irgendwie, da er letztlich den schwarzen Petat, eine Entscheidung treffen, wem er welchen Haushaltsgegenstand überträgt. Überlegen Sie also, ob Sie sich auf eine derartige Ungewissheit wirklich einlassen wollen. Da Sie derartige richterliche Entscheidungen kaum vorhersehen können, sind Sie stets gut beraten, sich möglichst außergerichtlich zu verständigen. Dazu sollten oder müssen Sie bereit sein, Kompromisse einzugehen. Nur nehmen zu wollen, funktioniert genauso wenig, wie nur geben zu müssen. Ein kleines Fazit. Ihre Trennung und Scheidung verändert Ihre Lebensverhältnisse. Sie trennen sich nicht nur von Ihrem Ehepartner, sondern werden auch nicht umhinkommen, auf Haushaltsgegenstände zu verzichten. Wenn Sie anerkennen, dass Ihre Ehepartner Rechte hat, sollten Sie die Aufteilung so verhandeln, dass jeder etwas abbekommt. Geben und nehmen heißt die Devise. Wer glaubt nur nehmen zu können, blockiert jegliche Einigung. Damit sind wir am Ende dieses Beitrags. Ich hoffe, wir konnten Ihnen eine Reihe von Ansätzen aufzeigen, wie Sie Ihre Haushaltsgegenstände nach Trennung und Scheidung untereinander aufteilen können. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und hoffe, Sie demnächst wieder begrüßen zu dürfen. In diesem Sinne, alles Gute und auf Wiederhören, Ihre Joffrend Redaktion.